Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Firewatch. Ja, wir sollen jetzt dem Rauch folgen, um die Mädels ausfindig zu machen, die unsere Telefonleitung gekappt haben, weil sie sich an uns rächen wollten. Warum fängt jetzt diese Musik an? Die wirkt so traurig. Soll ich jetzt den See komplett umgehen? Sie hat ja gesagt, den See umgehen, ne? Oh, okay. Oh, okay. Did your wife's illness have anything to do with you taking this job, or did you just fall prey to the service's big recruiting push when it comes to, you know, how the hell you ended up out here? I saw the job in the paper and figured, you know, what the heck? What the heck? I've got no ties and no life. Better go spend what's left of it in utter loneliness. Huh, something like that? Yeah, thanks to last summer, the bump in Forest Service budget actually allowed for us to advertise for the job. Glad it worked. What happened last summer that accounted for this, um, windfall? Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? Yellowstone is, like, what, 15 miles away. Why would they do that? Well, the short story is that for 60 years, we got very good at not letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't care on the nightly news? I mean, what the hell's he gonna do? Smoke jump in and snuff one out for the Gipper? So what should they have done? I don't even know. By the time the Yellowstone folks realized the little fires weren't gonna burn themselves out, 100,000 acres were gone. It's Yellowstone, you know? People don't want to touch it. But we touch it every single day. But hey, I got a 30 cents an hour raise because we can't have another Fiasco. Like the goddamn park can burn down again. Hm. Hmhm. Eine neue Nachricht. 19.08.86. Hi Ron. Bei mir zu Hause ist was passiert. Hoffentlich kann ich hier für eine Weile weg, aber wer weiß, bei den Haushaltsmitteln heutzutage. Hast du meine Nachricht über den Vorfall in Vapiti gelesen? Schätze, der Chef ist nicht unbedingt gut, auf mich zu sprechen. Wahrscheinlich habe ich es übertrieben. Wäre schön gewesen, wenn du da gewesen wärst. Bestimmt wärst du durchgedreht. Dave. PS. Amigos. Ist spanisch und professionell ist italienisch. I found a sweatshirt from the University of Eastern Colorado. Maybe it's one of the girls. I mean, it's been here a long time. There's a University of Eastern Colorado? I really don't think there is. Why would somebody make that up? Right, and then put it on a sweatshirt. The world's a weird place. So. Hab ich zugemacht. Äh, ich kann den See gar nicht umgehen. Oder? Nein. Ich kann den See nicht umgehen. Also muss ich da hinten lang. Mal nach oben kann ich auch nicht. Ach, einen Moment. Ich antworte sofort, wie ich juckst du gerade. Ähm. Wenn betrunken ist, fällt einem sowas auch wesentlich leichter. So. Da hinten irgendwo. Ich geh jetzt erstmal wieder hier lang. Ich weiß nicht, wie ich hier wieder wegkomme. Hier ist ein Weg, genau. Also sie haben das schon ziemlich geil nachempfunden, dass man hier wirklich so wirt, wirt durch die Gegend läuft. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr, also dass man halt mehr sehen kann. Was heißt mehr sehen kann, dass ich mich ein bisschen besser orientieren kann. Das hätte ich mir gewünscht. Gerade für mich. Das bringt nichts hier, so kleine Abkürzungen zu gehen. Es geht sowieso nur nach Weg. Hier kann man auch nicht lang. Seilhaken benutzen. Mädels sind doch bestimmt schon weg, wenn ich da ankomme, ey. Ich kann nicht vorstellen, dass sie so lange auf mich warten. Wie viel Seil hat er denn dabei, ey? Das ist jetzt hier so der Moment, wo ich keine Rauchwolke mehr sehe. Vom Gefühl her würde ich jetzt hier lang tendieren. Das ist auch eine Versorgungskiste. Wird schon wieder abends. Bin schon wieder aufgeschmissen. Hä? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Auch wenn sie immer zu erreichen ist. Man kann sie nur erreichen, wenn sie es auch will. Wie viele hikern sind in der Shoshoni? Mehr als nur noch, införterlich. Mit der meisten von ihnen in dieser Region. A thoroughfare, weil es so remote ist. Warum? Ich habe einen alten Flieger für einen Missing Hiker gefunden. Das hat mich einfach zu denken. Wie gesagt, dass du einen Tag mit den Goodwins gesprochen hast, und dann mit dem anderen, du nicht. Ned Goodwin war nicht maul. Oder in eine Ravine. Er war nur ein PTSD-Ded A-Hole, der hat seinen Sonn gelegt, und wusste, dass es eine schlechte Idee war. Ja. PTSD, das ist nicht gut. Ja, ich weiß nicht. Er war in der Armee. Er war... Es ist eigentlich die sadste Geschichte. Er war nur durchgeführt, weil seine Mutter, Brian's grandmother, hat er. Und Ned war der einzige Next-of-Kin. Ja. Und du kennst ihn ein bisschen? Ja. Ja. Ich habe ihn viel mehr gesprochen, als ich mit Ned habe. Das ist sicher. Wie war er bei Spotting Fires? Besser als du. Er wollte eigentlich in der Tower bleiben. Hm. Mitch Michaels. Alter 31. Größe 1,89 cm. Gewicht 75 kg. Haare kurz braun. Erkennungsmengang. Markanter Bart. Allgemeine Angaben. Mitch Michaels wurde zuletzt am 3. Juli 1981 in der Nähe des Jonesy Lake gesehen. Dieser erste vermisste Anzeige wurde am 19. Juli 1981 von Mitarbeitern der Forstverwaltung erstattet. Der Vermisste kennt sich im Gebiet nicht aus. Letzter Bekannter. Aufenthaltsort Mitch Michaels wurde zuletzt am Morgen des 3. Juli 1981 am Dry. Das ist Leckesung. Angaben zum Fahrzeug. Hm 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 hm. Okay, Holz und Kiefernzapfen. Ich kann grad nichts. Also ich bin nicht doch richtig gut. Atemberaubend schön, ne? Einfache schöne Grafik, aber richtig geil gemacht. Ich bin auf dem, ich bin Bach, ja. Äh, ich bin nicht Bach, sondern ich äh, bin am Bach. Oh. 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 hier weiter okay da war nicht dann gehe ich da lang ich fühle mich zwar wieder so als ich zurück gehen würde aber ich sehe ein campsite und es sieht aus wie sie eine fiere ist es denn das sieht aus wie ich es ich schwein sie mussten direkt 4 kreis es ab hier track them down and don't let them see you what a job this is i have entered the teen zone oh really and where's that it's the name of a magazine Das ist der Hammer, ey. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist der Hammer, ey. Das ist echt pervers. Wahrscheinlich bist du ein Irrer, der mit seiner Axt Leute umbringt. Du wanderst sowas von uns ins Gefängnis. Hoffentlich war es das wert, uns wegen ein bisschen Feuerwerkdumm anzumachen. Arsch. Oh, hey, I didn't do this, okay? Someone or something went to town here, but it wasn't me. Because I told you to scare them, not assault them. Yeah, I took their whiskey back at the lake, but that just felt like, I don't know, the cost of doing business. That's different, okay? And I don't blame you. This is, I don't know, weird as hell, but it wasn't me. It's okay. I believe you. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know, but they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back. And we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Oh, Tag 3. Wir ersparen uns den langen Weg. Das ist ja mal sehr schön. Sieh unten nach Britann für das Fenster. Habe ich das schon gesehen vorhin? Habe ich vorhin doch schon gesehen. Why are you asking? Because I'm horribly superficial. But, why not? This isn't that hard. Well, I get confused for Burt Reynolds all the time. Oh, is that so? Women say that we have a similar musk. Uh-huh. Hey, you asked. Okay, well, that gives me a good start. Now, let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, uh, you know, PC or whatever they say. Oh, my God. You are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Uh, I don't know. I like to look nice, usually. Well, I try now, I guess. Hmm. Had a bit of a schlubby period, did we? Yeah, a good 25, 30 years, yeah. But, um, now you'll put on a clean shirt? Yeah. Well, I have one that I have for Christmas, actually. Just, um, it's navy with white buttons, but I like it. I don't wear it that much, though. Well, it sounds just perfect. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? Uh, pretty thick beard. Oh, have you always had a beard? For a while, yeah. All right, perfect. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. Your what? Is that okay? Uh. Don't, don't answer. I'm going to do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. They look tired, I think. Oh, yeah? Yeah, you know, you hit a certain age and you just, you think you're a younger person who just looks tired all the time. Speak for yourself, mister. I guess that's getting old. Well, some people might see distinguished. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Wir können sie ja eh nicht daran hindern, ne? Ob sie uns jetzt zeichnen will oder nicht, also. Aber wer hat denn die Teenager angegriffen? Das war bestimmt ein Kerl. Also dieser Kerl, der hier so rumläuft. Ach, ich brauche noch, oh, ich brauche noch welche. Ich muss Bretter suchen gehen. Oh, können die nicht einfach mal auf irgendeinen Haufen sein, dass ich die dann da wegnehmen kann? Das wäre doch so viel praktischer. Eins habe ich noch. Ich weiß ja nicht, wie viele ich noch brauche. Ich habe jetzt erst mal drei Stück. So weit oben ist das ja nicht. Ich dachte gerade, ich hätte da was gesehen. War aber nicht so. Ich habe das WINDOW all patched up. So, was soll ich jetzt machen? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Well, du hast mir die Arbeit für zwei Tage lang. Was ist jetzt? Was ist jetzt, dass du in dieser Raum in der 1st, bis September 1st, und mich auf der erste Sign of Smoke呼fst? Oh, ja. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task, and, uh, I'll give it to ya. Okay. I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this National Forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. Of course. We've issued you a comfy chair to sit in and everything. You know, it's not really that comfy. I mean, it's wooden and there's no padding. I think I actually got a splinter in my thigh this morning. Aww. Well, regardless, take a seat. The forest depends on you. Oh. Tag 9. Lecker Brot. Schöner Sonnenuntergang. Boah, mega. Ich muss gerade ein Foto machen. Moment, ich kann gerade nicht. Okay. Ich hab ein Foto gemacht. Not too bad. I could get used to it out here. That's nice. Look, um, I called with bad news. Two young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported missing. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. Oh, nein. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then... You're probably the last person to have seen them. You should tell whoever that I'm happy to be questioned. Look, it's not going to be an issue. I mean, if they turn up dead, then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble? I... I think it's worth mentioning something. Tag 15. 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 Was? Was? Was war das denn? Tag 33. Ein Traum. Definitiv ein Traum. Da willst du hin? Alles klar. Besorgevorräte im Norden. Ein paar Leute bekommen ihr Essen. Und ich will nicht mehr telefonen. Es sollte viel gut sein. Beine, prunen... Jerzy. Hm. Hm. So, like, two weeks ago, you called me in the middle of the night. You were sleeping, I guess, and all I heard was the name Jules through the mumbles. And I just thought it was so sweet. I wanted to wake you up, but then I thought maybe you were having a nice conversation and I'd just be spoiling it. I hope you're doing okay, you know, when it comes to her. I shouldn't be out here. Yes, you should. No, I just ran away from my problems. No, you didn't. We all fuck up. Uh, look, so, a couple of months before I took this job, I... I was with this guy, Javier. Ugh, he's incredible, caring, sexy as hell. He was a driller down in Casper. We dated for almost five years. I was working with the Wyoming Outdoor Leadership School, and... I was obsessed with it. I wanted to be an instructor so badly. And I was sure I was going to marry Javier as soon as I could be bothered. Wallace was also a good excuse to... get out of town, drink whiskey in the mountains, cut loose. Then, um, Javier's brother got killed working in Gillette, and... for some reason... I didn't come home. Javier said it was fine, he'd go to the funeral, take care of his mom, stuff like that. It'd be easier solo. When he came back, he left me. I came out here, I lied, and... told my sister he fucked our neighbor. So... I lied to you. I came out here with a broken heart, just like you. I figured you've told me so much about you. So, you know, there's something about me. We both fucked up. Found the supplies. Oh, good. Enjoy. Ja, beide sind hier hingekommen, wegen einem gebrochenen Herzen. Und beide haben das Gefühl, dass sie... Ja gut, er hat nur das Gefühl, dass er hier falsch ist, ne? Hm. Entwickelt sich da etwas zwischen den beiden später? Ich weiß es nicht. Fufalks, Moosepeaks, Broachs. Wir sind also drei. So. Die andere Woche vorher wacht ihr und für wie? Tag 64. Ja, so hätten wir jetzt auch... Warum sollte ich andere beklauen nach dem Essen? Das ist ja auch kacke, ne? Also... Hm. Hm. Big dummy. No, you were not. You're sweet, but we can't call it the Delilah fire. Okay, what then? How about my middle name, June? The June fire. Even though it's July. I like it. So there's this creek down the hill. And, um... You know what my favorite thing to do is? What's that? I love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water, and let it chill in there all day. And then, on nights like tonight, when it is so disgustingly hot, I have something nice and cool to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She'd do that with a bottle of tequila near her house, and make margaritas the size of your head. You'd like it there. If I was there with you, I'm sure I would like it a lot. Are you looking at the fire? Uh, no, I'm not. Sicher? You should. Let me know when you are. Okay, I'm looking at it again. I love how they look at night. During the day, it's just smoke, but... When the sun is down, you can just... Get lost. Yeah. I'm glad you're here. Why do you say that? Because I do. I'm not crazy. I mean, we've had such a good time, right? Yeah, I think so. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. And I know you're not really available, but... I want you to know, well... Maybe it'd be nice to get together at the end of the summer. Um... What's going on now? Tag 76 und ich krieg's nicht mit. Ich glaub ich... Das glaub ich jetzt wohl nicht. Hallo? Muss ich jetzt sowieso einen Cut machen? You're going fishing without a license? It's one fish, and I'm sick of all the stuff I got to eat. Well, I won't tell anyone you're a poacher. That reminds me, I keep hearing reports from Fish and Game about a problem bear they're trying to keep tabs on. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? There was a crew burning fire lines out to the east, and, um, you know, I think sometimes it riles up the wildlife. Uh, sure, no problem. Remember me fondly. You were such a drama queen. Yeah, well I've seen what they can do to a tree, and trees aren't even food. Thank you, Henry. Yeah, yeah, yeah. Ja, ich muss jetzt sowieso Schluss machen, aber, äh, zur Erklärung, warum, also ich hab das jetzt bestimmt mitgekriegt, dass ich so ein bisschen mit Delilah flirte, ähm, ich sag mal so, ich, ich seh das so, flirten ist ja im Prinzip nicht schlimm. Es ist ja jetzt kein, ich weiß nicht, ich seh jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, wie ich das jetzt, wie soll ich das am besten erklären? Ich meine, es ist ja, ich seh's ja, ich seh's nicht so als fremdgehen an, wenn man flirtet. Also, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das an, wie ich das sehen soll. Also, wenn ich persönlich, wenn ich flirte, zum Beispiel, seh ich das nicht als schlimm an, oder als fremdgehen an. Wenn ich jetzt aber, wenn ich jetzt aber mein Partner mit jemand Fremden flirten würde, dann würde ich das als fremdgehen ansehen. Deswegen bin ich da jetzt, ich bin da jetzt ein bisschen offen, man muss ja auch mal alles ausschmücken und so. Und klar, er ist verheiratet, er hat eine Frau, aber, ich meine, sagen wir mal ehrlich, seine Frau ist demenzkrank. Sie lebt bei ihren Eltern, sie ist 43 und man muss sich um sie kümmern und die Eltern mögen sie ihn eh nicht. Und die beiden sind halt praktischerweise schon getrennt, die führen halt eine offene Beziehung, hab ich das Gefühl, also eine offene Ehe. Und sie kann sich auch nicht immer an ihn erinnern und all seine Klamotten. Und ich denke, es muss ja nicht heißen, nur wenn man flirtet, dass da direkt was passiert. Nur, ich find's schön, wenn man, wenn er auch mal wieder ein bisschen Freude hat. Und wenn Delilah ihm dabei helfen kann, ich meine das jetzt nicht in dem Sinne, sondern einfach nur mit Spaß hier Späßchen machen, lachen, flirten und all sowas sich unterhalten, dann find ich das vollkommen in Ordnung. Na gut, Leute, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.